So meine lieben Freunde hier ist wieder Kobra von Games4GamerTV und heute gibt es wieder einen kleinen As Unboxing und was für ein Unboxing wir heute haben zeige ich euch jetzt und zwar ist das ein Unboxing von der TT Esports und zwar ist das die Terror Maus in der Battle Edition und wie die meisten von euch wissen für alle die die auch TT Esports Fan sind wisst ihr ganz genau das ist diese Maus also diese Teron natürlich auch in anderen Farben gibt aber das hier ist die Farbe Navy Green und zwar ist das die Battle Edition und bei der Battle Edition das ist sozusagen wie soll ich sagen Navy Green ist halt die Battle Edition das heißt die Battle Edition kriegt ihr nicht in irgendwelchen anderen Farben ihr kriegt die Teron zwar auch noch in anderen Farben ihr kriegt sie in Rot ihr kriegt sie in Gelb ihr kriegt sie in schwarz ihr kriegt sie in sämtlichen Farben aber die Battle Edition und zwar genau diese hier die kriegt der Navy Grün und als hätten die Jungs und mittels von TT Esports es sage ich jetzt mal ja als hätten sie meinen Geschmack sozusagen erraten müssen haben sie sich genau für die richtige Variante entschieden und zwar für die Battle Edition und Battle Edition nicht unbedingt weil ja RTS Game Battle Ready draufsteht oder sonst was sondern weil mir einfach die Farbe Navy Grün am besten gefällt ich habe mir da die Teron Mäuse mal angeguckt und da war die Battle Edition mein Favorit ich wusste jetzt nicht was was hier ankommt welche Farbe ich jetzt zugeschickt bekommen werde und aber es war die richtige Farbe es war die richtige Entscheidung von TT Esports und ja und was das Ding so kann was da drin ist und wie das ganze aussieht wenn wir es auspacken würde ich sagen schauen wir uns jetzt einfach mal an ohne weiter rum zu quatschen hier hauen wir uns das Ding jetzt ganz einfach mal auf den Unboxing Tisch und dann könnt ihr sehen was da so drin ist und wie das Ding aussieht und wie es in der Hand liegt also ein kleines Review im Anschluss gibt es natürlich dann auch von mir und ich würde sagen viel Spaß beim Unboxing meine lieben Freunde so nun kommen wir zur Gaming-Mouse zur TT Esports Teron hier seht ihr das ganze noch mal von vorne in der Verpackung da vorne steht Function Lock Button da steht es noch mal die Battle Edition der Teron hat natürlich ein Battle Mode Onboard Memory und ist bis zu sieben Farben einstellbar genauso wie bei der Tastatur der Ultimate von TT Esports hier hinten stehen noch mal so ein paar kleine Informationen natürlich auch auf Deutsch Verpackung an sich ist sehr gut verpackt hier wieder mit so einem kleinen Overlay wo dann auch wieder steht was das ganze so kann das Ding hat bis zu 45 Makros kann mit 5600 dpi betrieben werden und lässt sich in der polling rate nennt sich das 125 500 und 1000 Hertz betrieben werden für jemanden den es jetzt interessiert ich würde sagen wir kommen zur Maus ich mache das ganze mal auf und wir brauchen dazu natürlich wieder ein Messer weil diese Kartons sind natürlich gut gesichert mit diesen durchsichtigen Klebestreifen so ausgepackt da wollen natürlich mal gucken was da so drin ist ich erwarte eigentlich nur eine Maus aber mal schauen was da so drin ist so was kommt uns da entgegen und was ist das denn Hallihallo das ist glaube ich also erstmal ist da weiter nichts drin glaube ich das ist aber so wie es aussieht ich habe jetzt noch nicht näher hingeguckt das sieht aber aus wie eine Gaming Maustasche das heißt ihr könnt da diese Maus sogar in so ein kleines Case verpacken finde ich sehr gut habe ich sonst noch keine Maus gehabt ich hatte bis jetzt nur 1 2 3 Gaming Mäuse aber das Ding ja finde ich auf jeden Fall sehr gut dass das Ding dabei ist habe wie gesagt habe ich vorher noch nicht gehabt und da können sich ein paar andere Hersteller mal eine Scheibe abschneiden und auch mal eine kleine Tasche zur Verfügung stellen für den Fall dass ihr dann mal zum Kollegen wollt oder sonstiges so packen wir hier noch mal die Gebrauchsanleitung aus eigentlich brauchen wir das ganze ja nicht da scheint auch nicht viel Sinn zu drin zu sein das kennen wir noch von der Tastatur von der Ultimate damit wahrscheinlich nur der Treiber drinne sein und erstmal müssen wir den ganzen Kram hier auf kriegen und natürlich noch diverse wieder zwei Sticker machen sich gut in meiner Sammlung vielen Dank noch eine kleine Kurzanleitung und wahrscheinlich Treiber CD und noch eine kleine Broschüre so kommen wir aber nun zum eigentlichen des Ganzen und zwar zur Gaming Maus und da ist er auch schon wups jetzt rutscht ziemlich leicht runter ist aber nichts passiert ist alles heilig geblieben so das ist die Gaming Maus meine lieben Freunde von der Oberfläche her merke ich schon fühlst du sich sehr gut an hat einen guten Druckpunkt auf den Tasten und unten seht ihr noch mal die Tasten zum Durchschalten der Profile und zwar hier links rechts habt ihr dann noch mal die Taste für die ja die Herzeinstellung der Maus und da habt ihr diesen diese Lock Button damit könnt ihr die Tasten locken also sozusagen schließen das heißt dass ihr da nicht ungewollt drauf kommt und wenn ihr hier untergreift dann habt ihr da ein paar Gewichte drinne das heißt die Gewichte könnt ihr komplett rausnehmen oder könnt sie natürlich einzeln rausnehmen ich zeige es dir noch mal in die Kamera das sind kleine Metallgewichte ich werde es mal versuchen in der schweren Variante werde mal gucken wie die Maus sich da so in meiner Hand macht und ja werde natürlich mal schauen ob das Ganze so ist also es fühlt sich auf jeden Fall ziemlich also auf jeden Fall schwerer als meine jetzige Maus muss ich sagen fühlt sich aber dennoch sehr gut an USB Kabel ganz klar TTE Sports steht drauf ist ein super Kabel geschütztes Kabel mit einer Stoffumwandlung und ja fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an ich hätte eigentlich gedacht dass es sich nicht so gut in der Hand anfühlt also vom vom ersten Eindruck her aber es macht auf jeden Fall also es fühlt sich sie fühlt sich sehr gut an definitiv und ich werde natürlich ja ich werde es natürlich mal ein bisschen benutzen und werde mal gucken was sie denn für mich so hergibt und ich würde sagen zum kleinen Review bis zum nächsten Mal Tschüssi Ja meine lieben Freunde nun das kleine Review ich habe das Ding ja gerade eben für euch ausgepackt so da ist der Karton sogar noch offen ihr seht die gute Tera und aus dem Hause TTE Sports ich muss sagen ist eine super Gaming Maus ich habe jetzt schon eine einige Zeit ich will mal sagen zwei drei vier Stunden mit der Maus Sachen bearbeiten können ich habe mit gezockt ich habe ganz normal im Netz gesurft und muss ganz ehrlich sagen es ist natürlich so dass wenn man sich eine Gaming Maus holt und die jahrelang benutzt ist es natürlich erstmal eine Umstellung wenn man wieder eine neue benutzt aber ich habe die Gaming Maus jetzt einfach mal hier angeschlossen die Tera jetzt glaube ich hoffe ihr könnt sie sehen ich habe sie jetzt hier angeschlossen leuchtet auch in einem schönen grünen ihr seht es hier und an der Kante hier das TTE Sports Logo natürlich auch und natürlich oben der Ring wenn ihr jetzt natürlich auf die Profile geht könnt ihr das ganze durchschalten da ändern sich die Farben ich weiß nicht wie gut man das jetzt sehen kann sollte man eigentlich sehen können so ihr seht jetzt habe ich momentan lila drin auch eine gute Farbe ist natürlich schwer sich an eine neue Maus zu gewöhnen aber das ganze werde ich nun mal machen werde nun mal noch länger gucken ich sag mal noch länger schauen wie ich das Ding benutzen kann ich muss sagen zu meiner alten Maus ist das Ding im hinteren Teil ein Stückchen breiter was aber nicht wirklich negativ ist das hat so eine gewisse ich sag mal so eine gewisse Festigkeit im hinteren Teil des des Handballens finde ich also kommt wahrscheinlich jeder anders mit klar ich glaube für Leute mit noch kleineren Händen also ich habe keine kleinen Hände ich habe schon ja ich würde mal sagen normale Männer Hände ähm also wer noch wirklich für kleinere Hände hat so Frauenhände so ihr wisst was ich meine ähm ich glaube da ist die Maus da müsste man sich echt gut dran gewöhnen es gibt wahrscheinlich auch weibliche Zockerinnen oder äh weibliche Gamer die diese Maus benutzen ähm kommt wahrscheinlich jeder anders mit klar ich komme auf jeden Fall sehr gut mit klar ich habe sie wie gesagt schon benutzt auch in diversen äh ja Anwendungen am PC und muss sagen ja dass ich damit sehr zufrieden bin auch mit den Gewichten die hinten drin sind äh kann man glaube ich nichts falsch machen man kann sie wie gesagt rausnehmen wenn sie einem zu schwer ist nimmt man sie einfach raus wenn sie einem zu leicht ist packt man sie einfach wieder rein oder man packt nur ein paar einzelne rein ähm ja und ja was was kann ich noch dazu sagen das Ding ich finde super und was am besten ist meine lieben Freunde was wirklich am besten ist das habe ich glaube ich im Video schon gesagt finde ich ist diese Tasche ähm ich habe noch keine Gaming Maus gehabt muss ich ganz ehrlich sagen die da so eine Neopren Tasche beiliegt wenn das überhaupt Neopren ja wie kann man sagen eine Stofftasche auf jeden Fall ähm wo noch so zwei einzelne Fächer drin sind wo man vielleicht noch eine Speicherstick reinpacken kann oder ein extra Kabel noch oder sonst noch was hat auf jeden Fall Platz für eine für eine Maus definitiv dafür ist ja auch gedacht deswegen war sie auch dabei finde ich super dass man da auch mal äh so ein bisschen äh ja ich will mal sagen ein bisschen Gamer freundlich ist ist natürlich auch TTI Esports ist ja Gaming aber dass man da auch daran denkt hey die Jungs wollen vielleicht mal auf den Laden fahren die Jungs wollen vielleicht mal zum Freunden fahren und wollen die Maus einfach mitnehmen äh viele haben natürlich den ganzen Kram immer zu Hause stehen aber es gibt natürlich auch viele Leute die machen das mobil nimmt den Laptop mit wollen die Maus mitnehmen und sagen sich ja ich muss immer alles unter den Arm nehmen eine Headset Tasche habe ich aber meine Maus die fliegt dann immer irgendwo rum aber so eine so eine Tasche für eine Maus hundertprozentig super TTI Esports super Sache und ich würde sagen meine lieben Freunde das war es mit dem Unboxing mit dem kleinen Review und mit so einem kleinen Hands-On von der TTI Esports Teron in der Battle Edition ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüssi